Google Animations-Set ist heute das Motto, wir spielen mal wieder Minecraft, äh, ja, also, ja, Minecraft, Xbox Edition, und, äh, ja, okay, machen wir einfach weiter in den Let's Play-Welt. So, wir sind im Creative-Mode, ja, da war ich, ja, im Creative-Mode gewesen, la, nie, wenn wir wissen, diese Welt wird hier im Creative-Mode gespeichert, Erfolge und das, äh, ja, ja, braucht es sowieso nicht. Obtidian entsteht, wenn Wasser auf einen Lava-Flein trifft. Hm? Gekehrt auch. Was ist das? Und dann drücke deine Freunde, indem du von Pause-Winion zu den Infos deiner Minecraft-Werker auflässt, oder? Ja, das hatte ich schon mal gemacht, es geht mit Xbox Live, ich hab aber hier gerade kein Internet-Anschluss, kein Internet-Kabel, und auch kein Internet. Ich hab jetzt die neuesten Informationen von U-J, was ist das? Du kannst jetzt fliegen, okay. Ja, hier sind wir. Das machen wir zu. Okay, was haben wir denn hier alles? Und unsere Molly ist groß. Creeper! Oh, oh, mach das zu, mach das zu. Hab ich irgendwas, äh, irgendwas dabei? Hallo, Holz, Holz? Holz? Creeper? Wieso kommt der nicht näher? Da steht ja noch einer. Oh Gott, was hab ich denn hier? Molly, geh von der Truhe runter. Nein, 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 wie krieg ich das jetzt zu? Geh schnell da hoch, geh da hoch. Holz! Hier ist Holz. So, und das da? Wie ein Schwert. Wie ein Schwert. Wie ein Schwert. Wir haben eins. Was machen wir? Schnell zu. Los. Los. Mach das zu. Witz nach. Okay. Zwei Creeper. Das sind gar keine Creeper. Seht euch das mal an. Das ist Wolle auf. Ja, deswegen kommt doch das Schaf da. Was ist das denn für ein Creeper? Future, was auch immer. Das muss weg. Was ist das? Wo kommt das her? Hab ich echt nicht gemacht, Leute. Ich hab's was mit Creeper gemacht, aber das war nicht das hier. Warten mal, das ist gar nicht unser Schaufel. Ich weiß gar nicht, wo das hier herkommt. Und was es ist. Erstmal was? Nein, 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 du kriegst das nicht. So. Und meine beiden Katzen sind noch draußen. Mann. Und irgendwie ist es heute ziemlich kalt hier drüber. Oh, ho, 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 ho. So, ui. Oh. Okay, ich hab... So, hier ist ein weiterer Raum. Weiterer Raum, den ich gemacht habe. Hier sind ja Urzelnutschen. Hier sind die Katzen. Okay, die kann man zähmen. Ja, das hier war so ein Katzenzimmer. Das wollte ich als Katzenzimmer machen. Okay. Alter. Okay, und das kommt weg. Wer hat denn das hier hingemacht? Wolle. Ehe, wir haben Wolle. Von meinen Ballen. Was ist das bitte für eine Statue? Ich hab da hinten dieses Ding auch gemacht. Damit die auch irgendwie kriegen. Geht nicht. Grüne Wolle. Ja, hab ich jetzt... Doch. Sammeln wir erst mal noch das Fleisch ein. Oh, und Leder liegt hier auch. Ah. Höh. Höh. Wo kommt die plötzlich her? Die war es nicht. Wie kommt die da hinten hin? Keiner da. Gut. Und was soll das? Wer war das? Das muss weg. Wie kann man die denn behalten? Das sind Creeper-Küppel. Die haben wir doch. Aber was soll das? Wer war denn das? Wer soll das gewesen sein? Das ist nichts. Das ist ein Creeper, Mann. Toll. Gemahlter Creeper. Wie kriege ich die denn wieder weg? Oh. 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 Toll, das geht da nicht. Mann, die Wolle möchte ich haben. Das wird... Das wird... Dann mache ich das hier weg. Ich weiß nicht, wo das wegkommt. Wahrscheinlich, weil ich da hinten so... Ja, ihr werdet schon sehen, was ich da hinten gemacht habe. Auch was Creeper-isch ist. Okay, aber es hat schon was Gutes. Es ist spawning hier überhaupt keine Creeper. Was ist das da hinten? Da sind ja lauter Creeper-Küppel. Wo kommen die alle her? Okay. Äh. Das sieht etwas unheimlich aus. Und das hier, das sind die Creeper-Dinger, wo ich gemacht habe. Das soll ein Creeper sein. Ja, die habe ich so gemacht. Das können wir eigentlich wegmachen. Aber ich habe versucht, für Creeper nachzubauen. Hier und da. Und da der Mega-Creeper. Und das müssen wir wegmachen. Das weiß ich jetzt. Denn sonst kommen lauter solche Dinger da. Oh, es zieht aber Tiere an. Das ist sehr schön. Und man, das mache ich nachher. den Creative-Modus weg. Das dauert mir jetzt viel zu lange. Also. Oh, oh. Was ist das? Wo ist das Wasser hin? Oh. 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 Wo ist das ganze Wasser hin? Das ist mir egal. Also. Und das ist das Haus. die die das hier dazu gekommen und das da das habe ich gleich gemacht das war schon so die kommen neben so tier irgendwie also hier das habe ich ja eben schon gesagt das ist das Katzenzimmer hier der Keller den habe ich noch nicht weiter gemacht hier oben im zweiten im zweiten Stock hier oben also im ersten eigentlich das ist ja ein Erdgeschoss hier geht es zum Wohnzimmer hier ist das Wohnzimmer kann man hier schön rausgucken hier kann man Fernsehen schauen da boxen hier ein Creeperkopf ein Kleppkopf ein Creeperkopf ein Zombiekopf ein Creeperkopf vielleicht wenn ich überall hier Creeper habe so also hier kommen natürlich noch andere Sachen hin und unten das mit und der Hausgang und das hier auch dann kommt hier später noch Treppe hin die dann hier auch nach oben führt ja das ist dann so der Hausgang oder das Arbeitszimmer ist das sozusagen ok ich guck mal ob ich die noch zählen kann und ich es reicht mir jetzt die Molly die geht jetzt hier unten hin so wo sind wo sind denn jetzt die rohen Fische da sind Creeperköpfe rohe Fische rohe Fische rohe Fische rohe Fische sind die nirgendwo da sind noch genug Diamanten hier ja habe ich schon alle Fische verbraucht ne ich hatte doch ich hatte doch eben noch eine naja den habe ich jetzt oben in der Truhe hab ich den jetzt hier ja oder ne hier ist es nicht hä wo ist denn wo ist denn Fisch hin wir hatten doch eben noch ein Fisch gehabt soll ich den übersehen wo ist denn der da da ist er wir gucken mal ja wer kommt wer kommt ja wer kommt ja 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 ja